und du bist auch zu weit draußen das fand ich seiner mist ok schnell hierhin schnell hier auch dein lagerfeuer super so und ihr habt gesehen die sind gerade größer geworden das machen die so mit der zeit ok jetzt braten wir noch mal kurz unser miet ich weiß nicht ob es eine gewichtsbegrenzung gibt aber ich glaube eigentlich nicht kann ich so viel unendlich tragen wir wollen was natürlich logisch ist aber wo muss ein spiel auch immer logisch sein so wir sind schon wieder fast voll bei 67 prozent ist ja fast da wachsen die dinger so mal gucken also ein holz gibt uns zwei flint möchte ich nicht reinwerfen gold auch wenn gold blöd ist 15 so ist es jetzt richtige nacht ok ich packe noch mal was ein feuer hier rein oder ein holz da rein die bringen zwei bringt eigentlich nicht viel noch ein dann haben wir wenigstens 40 punkte bretter glaube ich bringen einfach viel mehr aber die müssen wir erst erforschen dafür brauchen wir 100 forschungspunkte was haben wir noch stöcker ok bauen wir kurz mit dem kratz ja zack dich hauen wir auch um und wir sachen kriegen und wir können auch einfach mal eine schaufel bauen wollen jetzt mal uns eine schaufel und machen hier die baumstämme auch mal weg dafür kriegen wir auch ein log sehr gut und das hier da müsste keiner drin sein oder doch da war einer drin so da rennt jetzt um sein leben für immer und ewig oh was ist denn das hat viel ok research 20 ja super das nehmen wir so aufpassen da draußen sind nachher kreaturen oh ich muss hier hin achte meine güte 20 ok wir können sachen schon frei machen was haben wir denn hier also wir haben survival ich könnte eine hoch irgendwas erforschen ok das haben wir hier eine kiste ok dafür brauchen wir bretter das heißt wir müssen erstmal bretter erforschen robert was ist denn bord sind dass die bretter kastone was ist das was haben wir hier straw hat buffalo hat ok magic dann vermute ich mal wenn wir die kiste machen wollen brauchen wir bretter jay ach du meine güte waren das viele ok dann jetzt eine kiste dafür brauchen wir noch wir brauchen ein bisschen noch research material ok was kann ich denn noch hier ach hier haben wir das das haben wir hier kann ich diesen busch ausgraben ja das bringt uns ja auch forschungspunkte das ist gut einfach mal ausprobieren was das bringt so das ist ein zeppling auch 20 genauso wie das ding hier 20 und der busch auch 20 die kiste ok ich bin fast am verhungern das heißt ich habe mir jetzt erstmal ist es ist so dann kann das hier nochmal gekocht werden super ok das war hier unsere ausgangssituation gucken wir noch mal hier weiter also was brauche ich jetzt noch ich bräuchte ein paar ich muss eigentlich nur dinge abhocken also bäume wir haben ja schon ein paar die nachwachsen aber das wollen wir noch ein bisschen vergrößern wir wollen bretter machen und dann eine kiste bauen da brauchen wir richtig viele dinge zack gehen auch noch den des bisschen klein zwar aber naja besser als nichts ein bisschen begibt auch was dann nehmen wir die schaufel wieder wechseln das und holen uns das ist vielleicht fatal so was zu machen oder wechseln wo war farm plot wo sie die bretter ich brauche bretter refine wir brauchen sechs stück dafür okay schaufel aus der hand zappling dafür kriegen wir hier mehr erforschungspunkte das ist mir sehr gut hier evergreen tschüss um wechseln noch mal auf jeden fall eine kiste holen und dann brauchen wir bald wieder steine aber woher kriegen wir die müssen wir wieder suchen das heißt wir müssen uns gleich richtig auf dem weg wieder machen ein bisschen essen habe ich ja noch das heißt diesen tag kann ich ja noch so locker überleben so ich bin mal gespannt wie viele forschungspunkte nachher die anderen sachen bringen wir zwischen so bretter mal rein hauen würden kann ich machen und jetzt die packen wir mal hin und dann was kriegen wir da rein in so eine kiste juhu open chest aha vier stück kriegen wir da rein okay gut close chest sehr schön er läuft wahrscheinlich sehr neben lang weg ja wir müssen licht wieder machen mir fällt gerade was auf was ich vielleicht hätte früher machen sollen für feuer sorgen wir haben noch ein bisschen zeit ein bisschen zeit haben wir noch wenn es hier dunkel wird dann habe ich angst das müsste für die nacht reichen okay 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 das hätten wir jetzt ist die frage was bauen wir was machen wir wir können uns erstmal kurz um seinen hunger so 76 und einmal das hier das ist sehr gut das haben wir denn noch hier für sachen also ich kann hier irgendwann ein hammer machen dafür brauchen wir seil ein na wie heißt das insektennetz also um insekten zu fangen haben wir hier ein fishing rod und ein rasierer shaving your dirty beatnik beard okay das haben wir hier campfire tralala kämpfer brauchen wir erstmal nicht das haben wir hier birdtrap straw roll mhm sleep through the night seit wir brauchen seil ok verstehe wir müssen einmal seil erforschen stelle ich mal hier hin research dafür brauchen wir 30 50 was soll das ok so ach du meine güte sechs dinge braucht das ding äh survival straw roll braucht 200 ach du meine güte mhm damit kriegen wir 80 oh oh ich merke gerade das licht geht bald aus ok da müssen wir ein bisschen abwarten hier die pine canes die können wir ja hier wieder anpflanzen lololo ich hoffe uns überrascht heute nacht nichts so einfach mal zwischendurch zack so mal gucken da hängen wir fest gleich ist es Tag dann müssen wir uns jetzt wieder auf die Suche machen nach richtigen Sachen äh muss ich mal schauen wir haben alles noch was dabei was wir bauen können ok dann werde ich hier mal einen Baum abhacken ich hab keine Angst ne sehr gut ok fangen wir erstmal an hier mit denen ich weiß wir haben ja eine Baumfarm aber die muss erst noch groß werden ich möchte solche Bäume haben weil die am meisten bringen die kosten natürlich auch am meisten Ausdauer wenn ich das richtig sehe aber bring gleich fünf Bretter oder fünf Hölzer man könnte mal probieren ein Brett in den Forschungspunkte zu ballern ich weiß nicht wie viel das bringt ich hab jetzt fünf Holz mal gucken gleich noch ein so also einmal kurz hier hin in seiner Nähe ein Brett machen ja so und das Brett jetzt hier mal gucken wir haben 80 und das bringt aha neun was ein Mist okay dann müssen wir jetzt mal schauen dass wir hier Nahrung nochmal finden das war hier einer toll da haben wir noch ein paar Burschen danke so den haben wir auch erwischt aha wessen ist das hier okay super das ist wahrscheinlich hier zack ich glaube die sind respawned also zumindest kommt es mir so vor ähm wohin gehst du was ist deiner dann ist das hier deiner danke danke so wieder ein bisschen Fleisch besorgt ah das war seiner okay äh gucken wir mal kurz auf die Karte wir haben das Stückchen hier erforscht viel ist es ja noch nicht ähm ich denke mal wir holen uns das Ding hier mal ab und dann müssen wir echt mal umsehen wo wir Steine herkriegen weil Steine haben wir ja fast gar keine mehr 6 und 8 aber Holz haben wir eigentlich keine Not wenn wir unsere Farben da abbauen das Problem ist halt nur dass wir die nicht abbauen können ohne Steine äh so hatte ich das ne oh ich weiß es nicht ja ich glaube schon so das heißt wir erforschen hier mal ein bisschen in den Süden und ich sehe er hat ein bisschen Hunger jo wir müssen einfach irgendwo Steine abbauen oh eine Blume so hier haben wir noch ein bisschen Gras so hier haben wir noch ein ja wir haben jede Menge Fleisch das wird nicht das Problem jetzt gerade so sein zack danke ich schätze mal das ist der obere ne auch nicht da komme ich nicht mehr hinterher ähm hier jetzt weiter hier waren wir noch nicht schon Tag 4 ein Flint die Käfer können wir mit einem Bucknet oder wie auch immer das hieß äh einsammeln das ist gut so 24 ne Rüstung das wäre auch mal bald interessant ähm wenn man stirbt behält man seine Forschungspunkte das finde ich interessant eigentlich dass man nicht ganz wieder von vorne alles machen muss kann natürlich auch ne Herausforderung dann sein ne so hier ist das Ende da ist wieder einer ich weiß gar nicht wie viele Abgänge es von einer Insel jeweils gibt ich vermute mal ein vielleicht aber auch mehrere ah das lohnt sich nicht die können wir nicht mehr abhacken ein Prozent behalten wir mal oh hier sieht's sumpfiger aus hab ich noch Stöcke zwei das heißt die muss ich auch mal wieder sammeln hier zum Beispiel Big Sapling jo oh hier war ich glaube ich schon mal zwei Saplings und ich muss darauf achten es ist bald wieder dunkel ein Sapling will ich noch einsammeln und da ist noch ein Stein super die nehmen wir auch mit auch wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben in der Dunkelheit zu laufen ist echt anstrengend aber wir könnten sonst eine Fackel noch in die in die Hand basteln okay wie weit sind wir entfernt wir müssen einfach nach Norden latschen okay und wenn wir zu einer nächsten Insel wollten müssten wir einfach nur dem Weg folgen so weiter hier sind wir auch wir sind schon fast da hier für Holz hab ich sieben das reicht für die Nacht so zack so ihr seid auch schon ein bisschen gewachsen eine Axt bräuchte ich auch nochmal eine neue so ist das hier die größte Stufe ich glaube nicht klack kaputt zack 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 ne das ist die zweitgrößte das heißt wir nehmen jetzt hier nochmal die Schaufel oh oh ich hatte ein bisschen Angst es hörte sich komisch an äh wie viel fehlt uns denn jetzt noch wir hatten Petals oh man erschreckt mich doch nicht Petals was können wir denn aus den Dinger machen Magic haben wir noch nichts das ist für die Alchemie ne Penflute mhm okay und hier äh Straw Hat ich weiß nicht was wir mit dem Straw Hat machen können deswegen lassen wir den erstmal Buffalo Hat Beekeeper Hat ah Feather Hat Top Hat mhm Miner Hat okay dafür braucht man ein Straw Hat ein Gold Nugget und eine Feuer eine ähm na wie heißt das Glühwürmchen ich glaube das verbessert irgendetwas ich bin mir aber nicht sicher äh was können wir hier Papyrus for writing things und Cutstone nicely äh squatted rocks ich weiß nicht wofür wir die brauchen aber hier mal Waffen mal gucken Locksuit aha da können wir eine Holzrüstung uns bauen und ein Speer ähm use the pointy end also benutze die spitze ende das spitze ende äh okay 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 Alchemie Maschine brauchen wir zwei Gold und vier geschnittene Steine und acht Bretter alter Schwede und das kostet nochmal 500 Forschungspunkte ist also gar nicht mal so wenig äh äh ich denke wir mach ich mach jetzt erstmal hier ein äh ein Cut warte eure Meinung zu diesem wunderbaren Spiel ab und wir sehen uns dann äh in der nächsten Folge nochmal kurz hier gucken 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 und wir sind schon Tag 5 wir sind ja richtig gut und bevor er verhungert und ich aufreingehe sozusagen ess ich erstmal zack 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 so okay dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder macht's gut freund